und damit wären wir für dieses jahr auch wieder elite for speed underground 2 angekommen an alle die meine englischen videos nicht schauen frohes neues bleibt gesund ich hoffe ihr hattet toll start wir haben aktuell wo ich das video hier aufnehme dienstag den 10 januar ich weiß ich nehme die videos immer davor auf wo war ich eigentlich stehen geblieben letztes mal 3 ich weiß ich nehme die videos immer ein ticken später auch nicht später ein bisschen früher auf als sie dass ich sie eigentlich hochlade weil das falls ich mal irgendwas dazwischen kommen sollte dass ich da doch kleines zeitfenster mache ich meistens so manchmal vergesse ich es auch tut mir leid aber Leute frohes neues bleibt gesund wie gesagt ich hoffe ihr hattet einen schönen start ins neue jahr ich hoffe es wird auch weiterhin schön für euch sein so damit wäre das auch schon mal erledigt ich habe heute vor eigentlich nichts groß zu machen ich mache jetzt das rundkurs und dann ist auch wieder schluss für heute ja es ist so der plan zumindest wau alter wenn die kiste eine poka hand wäre würde ich ja an deiner stelle passende meintest du kannst ja mein straight flash schlagen leg mir die karten auf den tisch und finden sie auf der stelle raus ich habe leider ja keine spielkarten ne oh ein mustang zwei mu- zwei andere mustang oh let's go oh let's go ist da das andere ist kein mustang schiss so fängt es gut an top start ins neue jahr also ich muss sagen zwei mustangs in einem rennen das andere ist 240sx nach also Leute hier du daneben hier der 240sx muss nach hinten wir zeigen denen jetzt das mustang alles fertig macht also so der plan weil der zweifig da ist er ja vorn sorry sorry not sorry oh Gott ja ok Leute das ist schon mal gutes teamwork hier Achtung Achtung Warte Warte ein Augenblick ich sagte ein Augenblick Leute da ich weggelebt ok dann geht er nicht nach hinten so aber ich hätte dich ganz gerne hinten gesehen mein Freund so muss das Leute einmal kurz ausgeschaut aber fährt schon wieder mit das war scheinbar nicht ganz so tragisch für ihn nein ich kann by the way immer noch nicht driften also ich weiß beim mustang sollte man nicht die Handkrimse zum driften nehmen so viel habe ich gelernt so schlau war ich und immer schön die Wand mitnehmen Leute Fahrtipps mit dir Leute wenn es ums Fahren geht dann nehmt euch bloß kein Vorbild an also wirklich wenn es ums Fahren geht ich bin ich bin wahrscheinlich das schlechteste Vorbild das dafür auf diesem Planeten existiert ok also bloß kein Vorbild nehmen wenn es ums Fahren geht ja ich hab noch keinen Führerschein also bloß kein Vorbild nehmen bitte bin ich ne bin ich die falsche Person wenn ihr jemanden sucht der wenn ihr jetzt jemanden gesucht habt der euch das Fahren beibringt dann würde ich mir Sorgen machen dass äh YouTube jetzt euch mein Need for Speed Let's Play in die Empfehlung packt dafür äh und das Video einfach ausmachen und wieder also nicht die die Need for Speed sehen wollen ihr könnt bleiben alles gut aber die die jetzt fahren lernen wollen äh ne tut's nicht so damit wäre das an der Stelle in keine Ahnung Part 62 sind wir glaube ich ja ich glaube wir sind Part 62 es kann auch schon 64 oder 65 sein ich nummeriere die Videos wenn ich sie hochlade und danach vergesse ich wieder bei der wievielten Folge wir eigentlich waren das ist immer so bei jedem Projekt bei Monster Hunter Stories ist egal welches ich weiß nie welche Folge wir haben so bei der Kurve werde ich schon aber nie gut zu wissen also die diese eine Hauswand da tötet mich jedes Mal so knapp vorbei knapp vorbei nicht zu knapp nicht zu knapp knapp vorbei knapp vorbei geht mir Nitro ach Leute ihr also falls ich kann euch einen Tipp geben wenn ihr in echt mal Auto fahren lernt oder Auto fahren wollt schaltet bitte nicht erst kurz vorm Begrenzer hoch So wie Automatik das hier in diesem Spiel macht. Tut es einfach nicht, das tut dem Auto nicht gut, das tut der Umwelt nicht gut, das tut eurem Geldbeutel nicht gut, wenn ihr tanken geht. Also lasst es einfach. Also jetzt ist es eigentlich schon zu spät, aber Automatik in diesem Spiel... Okay, ein bisschen da knapp. Also das Spiel war es eigentlich mit meinem Deal, dass da 240 SX hinten ist. Ne? Bitte, Gött. Oder die anderen sind halt einfach Lappen. Muss ich mal so auszuprüchen. So, 5 Minuten, 37 Sekunden. Ihr könnt einfach gar nichts. So, aber Rufpunkte. So, jetzt war ich wieder schneller als geplant. Das heißt, Drag-Rennen habe ich keine mehr. Ah, und ich sehe, wir haben jetzt nur noch einen Rundkurs auf der Karte. 5 mal Drift, einmal Street Cross und einmal Sprint. Das heißt, wir sind dem Ende relativ nah. Ja, hier, 5 Drift, ein Rundkurs, ein Street Cross und einmal Sprint. Und damit kann ich jetzt sagen, das Ende kommt näher. Ich werde, ich werde auch nochmal in Cold Harbor nach diesem versteckten Rennen suchen, weil ich weiß, da gibt es noch eins, das ich damals letztes Jahr nicht gefunden habe. Das werde ich auf jeden Fall nochmal suchen. Und URL haben wir hier schon 8. Das heißt, ein URL fehlt, glaube ich, noch. Und ich muss hiermit sagen, wir nähern uns dem Ende, wenn man hier im Blick auf die Karte wirft. Sie wird leerer. Wie gesagt, 5 Drift, 1 Street Cross, 1 Sprint, 1 Rundkurs sind auch übrig. Danach die ganzen URL-Rennen hier. Alle hintereinander. Und dann kommt, glaube ich, das Finale. Also, ich möchte euch aber jetzt nicht zu viel versprechen. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, vielleicht, also Gebiete zum Freischalten gibt es keine mehr. Das sehen wir ja auf der Karte. Ja, damit hoffe ich, also ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen. Ich bin mir nämlich selber nicht mehr sicher, wann was ist. Lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich das Ende schon mal gemacht habe. Naja, aber dann, beim Ende stelle ich, by the way, wieder auf Schwerung. Und das, das mache ich so. Und damit, also insofern ich es nicht vergesse, schreibt es mir im Part davor nochmal in die Kommentare, falls ihr dran denkt, falls ihr dran denkt. Damit, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao. Leute. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020